Jemand in Sachsen-Anhalt dürfte sich diese Woche ganz schön ärgern. Eine Person hat in der Region Mansfeld-Hettstedt eine Million Euro im Lotto gewonnen. Das war 2019. Den Spielschein hat sie seitdem aber nicht eingelöst. Das Ding ist, nach drei Jahren verfällt der Gewinn. Das Geld ist also jetzt weg und geht zurück in einen Topf für Sonderauslosungen. Laut Lotto Sachsen-Anhalt verfallen immer mal wieder Gewinne, aber eine Million Euro, diese Höhe sei das erste Mal. Heißt